Warum zählt Vitamin B12 zu den ebenfalls im Kinderwunsch wichtigsten Vitaminen? Nun erstmal, Vitamin B12 ist genauso wie Vitamin B6 ein wasserlösliches Vitamin und du kannst es damit im Grunde nicht überdosieren. Die empfohlene Zufuhr für erwachsene Frauen liegt bei 3 Mikrogramm pro Tag, für Schwangere bei 3,5 und für stillende Frauen bei 4 Mikrogramm. Tatsächlich kannst du Vitamin B12 ausreichend zu dir nehmen mit einer ausgewogenen Ernährung, solange diese Fisch- und Milchprodukte beinhaltet. Ernährst du dich vegetarisch oder ganz besonders ernährst du dich vegan, musst du auf Vitamin B12 besonders achten. Hier solltest du daher idealerweise frühzeitig anfangen, dieses Vitamin über Nahrungsergänzungsmittel zu dir zu nehmen und auch in Schwangerschaft und Stillzeit dann auf deinen erhöhten Bedarf achten. Vitamin B12 hat eine wichtige Funktion bei der Zellteilung und bei der Bildung von roten Blutkörperchen. Beides sehr wichtig im Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Und natürlich bist du mit Babyforte optimal versorgt. Sowohl Babyforte Kinderwunsch als auch Babyforte Folsäure plus Omega 3 für Schwangerschaft und Stillzeit enthalten aufreichend hochwertiges Vitamin B12.